Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zum Video. Ich habe leider wieder schlechte Nachrichten für euch mitgebracht. Vom 5. September. Stahlstopp. Energiepreisdruck. ArcelorMittal, ich glaube so wird es ausgesprochen, schaltet Produktionsanlagen ab. Das berichtet nämlich hier der maschinenmarkt.vogel.de und da geht es um den größten Stahlkonzern, ArcelorMittal, wie gesagt, der auch Produktionsanlagen in Norddeutschland stehen hat und der fährt die Produktion wirklich komplett runter, schaltet die Öfen ab. Und das ist eine ganz, ganz krasse Sache, weil man muss sich bedenken, was das auch für Folgen für diese Öfen und alles drum und dran hat, wenn die wirklich komplett runtergefahren werden. Ich war ja kürzlich bei einem der größten Werkzeughersteller in Deutschland und durfte dort in der Produktion sehen, wie Werkzeug hergestellt wird. Mega spannend, ganz toll. Vielleicht werde ich da für den Autokanal, darum geht es da im Fokus, mal ein Video produzieren dürfen. Das poste ich dann natürlich auch bei Telegram, also folgt mir dort. Und dementsprechend, was mir dort auch erläutert wurde, hieß, wenn wir die Öfen, weil die liefen dann, nachdem die Mitarbeiter dort Feierabend eingeläutet haben, die Öfen liefen dann irgendwie immer noch so ein bisschen warm, immer ein bisschen weiter. Wenn die abgeschaltet würden, könnten Spannungsrisse oder auch ähnliche Sachen passieren. Das Hochfahren der Öfen ist relativ kompliziert, so hat das mir ganz kurz erklärt, der Mann und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz heftige Situation, wenn sich ein Werk wie dieses jetzt ganz klar dafür entscheidet, wir müssen runterfahren, Produktion, kannst du gerade vergessen, keine Chance, es bringt gar nichts. In dieser Saison, meine Freunde, schreibt mal rein, was ihr davon haltet, wie das Ganze eurer Meinung nach weitergehen wird. Und ich habe keine klaren Gedanken mehr bei diesem Thema, wo ich sagen kann, dies wird jetzt so passieren, das ist dann absehbar, so können wir das lösen. Das funktioniert nicht mehr mit dieser Regierung, mit diesen falschen und dubiosen Entscheidungen, die hier getroffen werden. Bis zum nächsten und ciao.